Willi-Weiz-Aue gegen Fünn-Police, ganz schön gehaustet. Auf der 13. Kampffeld, 2. Kampffeld, 10. Kampffeld für eine Runde. Kampffeld 87, eine reine Spielung. Dario Seilerg-Aue gegen Lona-Matthi-Sagel. Das ist eine Verbaßung. Und die Türen gegen Lona-Matthi-Sagel. Sehr schön. Torben, Torben, Torben. Torben, Torben. Torben, Torben. Torben, Torben. und den Hauptfrau hoch. So geht Holger Lugauer. 2 x 2,881 Kilogramm. Jack Taylor Lugauer. Er ist eine Leistung.